Aaaaaaah, Protect geht weg. Und wir gucken jetzt mal, wo wir hier weiterkommen. Und dann noch ein bisschen die Charaktere vorlesen und sowas. Was haben wir denn hier so? Roastberry, was ist denn Roastberry? Ich kenn dich nicht. Roastberry... Doch, dich kenn ich. Kann sich selbst von Brand halten. Okay. Lumberry? Lumberry ist doch viel stärker als irgendwelche anderen... ...und als irgendwelche anderen... ...Status-Heilbären, weil... In Lumberry heilt dich von allem. Während anderen wohl bestimmte machen. Und jetzt habe ich vergessen, was das gerade war. Persilberry? Damit kann man sich von Konfusion, also von Verwirrung heilen. Hier, da ist noch ein Gamer, den wir besiegen. Komm schon her. Voll Gamer. Aber wir hätten alles Pokémon nehmen sollen. Okay. Lass uns ein Spiel spielen. Oh. Falsches Pokémon. Das freut mich, dass du schon ein Like da gelassen hast. Das freut mich. Ich meine aber dadurch, dass du tatsächlich in den letzten 3 Streams eigentlich immer den Großteil da warst, siehst du natürlich nicht viel Neues aktuell auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen verstehe ich auch, wenn da nicht viel zu schauen ist. Und ich habe allerdings auch nicht viel Zeit irgendwie noch was... viel noch extra zu spielen. Um dort noch mehr Content sozusagen zu bieten. Aber da viele ja logischerweise nicht einschalten zu meinem Stream, dachte ich mir... kann ich es dann trotzdem so angestiegen lassen. Und 4000 XP, mega nice. Und jetzt gibt es einen Donnerblitz. Bzip. Es ist immer voll duft, dass er sich aber vormacht. 14.000 XP fast. 15.000. Hoi, geh. Draht? Dread? Ah, verdammt. Bin zu kurz gekommen. Moment. Bei der Attacke Aquatel musst du aber auch noch bedenken, dass du dann... Step hast? Stab hast? Same-Type-Attack-Bonus. Moment. Was ist ein Same-Type-Attack-Bonus? Das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Kurze Erklärung, bitte. Ist das effektiver, wenn ich das mit einem Wasser-Pokémon mache? Weil es eine Wasser-Attacke ist? Also ich weiß schon, ja. Es ist eine Wasser-Attacke. Und ich... Das Schillock ist ein Wasser-Pokémon. Aber... Ist das dann effektiver? Oh, Power 80. Also ich lerne super starke Attacken. Ah. Okay, also wenn ich das sozusagen in irgendeinem anderen Pokémon beibringen würde, durch einen TM, dann wäre es weniger effektiv. Das wusste ich noch gar nicht. Das sind Sachen, die... Die kenne ich nicht. Also sagen wir mal so, ich hab Pokémon halt... 50% mehr ist ja mega stark. Äh, ich hab... Ich hab Pokémon halt nur... Also Rot-Blau, die Generation hab ich Blau gespielt. Und dann bei Silber, Gold, Diamant... Als Silber-Gold war eigentlich, hab ich nur Gold gespielt. Obwohl ich Silber irgendwann auch noch gekriegt hab. Ähm... Und ich hab mich nie so damit beschäftigt, weil du brauchst es einfach nicht. Du konntest halt einfach bis Level... Keine Ahnung, irgendwie 80 deine Pokémon trainieren, hast alles geplättet. Solange du auf den Typen geachtet hast, was halt egal. Deswegen... Ich vermute mal sowas ist dann wichtig, wenn ich irgendwie PvP spiele oder so ein Quatsch. So, dann müssen wir hier mal uns mit Discharge beschäftigen. So, dann müssen wir hier mal uns mit Discharge beschäftigen. Und dann müssen wir hier mal ausprobieren, was das hier an ist. Es hat erstens nur 15 Punkte. Ich könnte jetzt Thumbashock machen. Wahrscheinlich ist das das Beste. Ich glaub, es ist auch noch so ein Poké wie anders seitdem herausgefunden. Ja... Ich glaub, Pokémon hat viele Sachen, die sind nicht sinnvoll erklärt. Weil wir könnten halt... Wir können die Donnerwelle wegmachen. Das ist ja quasi eine verbesserte Donnerwelle. Das macht mehr Power, hat genauso viel Angriff. Und kann auch Paralyse verursachen. Ja, hier. Nee, nicht Donnerwelle. Funkensprung ist das. Funkensprung, Hamek. Und dafür... Entladung. Würde ich's auf Deutsch machen. Oder entladen. Ladungsstoß. Aha. Okay. Ladungsstoß. Gilt dieses mit dem 50% mehr, wenn es das der gleiche Typ ist, immer? Untergrundpassage Route 8 zu Route 7. Ah, ich komm mich in die Mitte hier unten nicht rein, oder? Ich geh mal direkt mal in die Untergrundpassage. Okay, gilt immer. Sehr schön. Na dann ist das ja eigentlich ganz cool. Wusste ich nicht. Aber dann... So... Les Shelly. Die ich... Lass dich mal antreten gegen meinen Bebor zuerst. Und er hoffen, dass du ein Pokémon hast, das nicht Flug ist. Oder Stein. Oh, hier ist schon unten so langweilig. Dann kann ich nämlich mit meinem Bebor mal ein bisschen trainieren. Ich werde 30 mal da nur ein Pokémon, aber trotzdem werde 30. So, versuchen wir's noch mal mit Pin, Messiah. Was wieder nicht viel Schaden macht. Ah. Wenn es trifft zwar viermal, aber ist halt... Boah. Wie ich das Vieh dafür schon wieder hasse. Für die Schlaf-Scheiße. Ah. Was ist denn Spotlight? Und warum macht Spotlight keinen Schaden? Ich bin aufgewacht. Weh nur Schock. Das ist sehr effektiv. Nochmal weh nur Schock. Dafür, dass es sehr effektiv ist, hat das Ding ja auch einen Haufen Leben anscheinend. Critical Hit. Sehr effektiv. 12.000 XP. Jawoll. Ich krieg nicht mal Pokégear-Service. Was immer Pokégear-Service ist. Pokégear-Service sind die Attacken dann sogar fett gedruckt, wenn die... Same-Type-Attack-Bonus aktiv ist. Ach, die sind okay. Gilt das dann nur für den primären Typ oder für beide Typen? Also wenn mein Pokémon jetzt wie hier Gift... äh... Käfer-Gift ist, gilt dieser... Attack-Bonus für den richtigen Typ, für Gift und Käfer-Attacken richtig? Und nicht bloß für Käfer. Hoffe ich mal. So, wo sind wir denn jetzt hier? Die kommt mir bekannt vor hier unten rechts. Aber warte... Das sind doch die Kontrahenten von Jesse und James, ne? Was für ein toller Ort. Und... A Citrus-Berry. Drei davon, sehr schön. Hup. Schau ab, Kinder! Sollten hier nicht im Erwachsenengeschäft rumwurschteln. Hau ab, du solltest nicht mehr im Erwachsenengeschäft rumwurschteln. Okay, dann nicht. Aber hier kann man dann Fukanos fangen oder sowas, oder? Das ist doch nicht gerade doof. Ah, du gehst mir vielleicht auf den Keks. Fuck you, hu 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 hu. Verpiss dich einfach! Okay, beide Typen sind auf, sehr schön. Will den Attack-Bonus. Hier gab's trotzdem, hier gab's auf jeden Fall Fukanos. Ich will einen Fukanos haben, ich will da das Feuer-Pokémon hochziehen. Ich liebe... Neben Wulnona. Einmal nämlich wieder. Fukanos. Ach, supergeil. Outsi ist mir vollkommen wurscht, das Pokémon. Hier, Pin-Missile. Hast du doch vorhin so hart auf die Fresse gekriegt. Alles klar, reicht halt ein Hit. War doch fast das doppelte Level. Aber hier gab's doch Fukanos, dachte ich. Der hat einen Shiny-Vulpix hinter sich herlaufen. Wobei, irgendwie das Shiny-Vulpix mit den lila-farben nicht so viel geiler aussieht, als das echte Vulpix mit dem schönen rot-braun. Muss ich mal so sagen. Dann lieber von der Optik, außer dass es halt sparkly ist, von der Optik her, lieber das normale Vulpix. So, los geht mal hin zur nächsten Stadt. Schon wieder. Jetzt geht die Stadtplätze super schnell. So. Ja, hallo. Ich mich gern mal heilen. Jupp. Dankeschön. Oh, jetzt ist Dankeschön. So. Ähm. Das ist, ach hier, das ist die Casino-Stadt. Genau. Müssen wir Casino spielen gehen? Ähm. Da brauche ich erst den... Da brauche ich erst den Coop. Den hab ich noch nicht, oder? TM-Teacher? Willkommen im C-Landon, äh. In der C-Landon-Spiele-Ecke. Hier kannst du, äh, ein Vielzahl von TMs... Entschuldige, aber wir... Du musst in dieser Region die Elite 4 besiegt haben, bevor du unseren Service benutzen kannst. Hm. Okay, der sagt nur Hallo. Ich darf hier gar nicht spielen. Nur autorisiertes Personal kann hier rein. Die Öffentlichkeit, äh... Der Bereich der Öffentlichkeit endet hier. Der Rest ist unter dem Schutzschild von Privatmeigentum. Okay. Weiterentwicklung. Okay. Hm. Ich glaub ich muss über dem da reden. Hallo. Ist dir bewusst, dass eine Organisation namens... Dass eine Organisation namens Team Rocket existiert? Wir haben ein... Wie heißt das? Ein Haftbefehl. Für jeden... Für jeden... Nein, wir haben ein... Wohne, Baron? Ist das eine Genehmigung? Baron? Rechtfertigung. Wir haben eine... Eine... Haft... Genehmigung. Die jeden autorisiert... Äh... Mit... Nein, wir haben ein Haftbefehl für jeden, der nachweisbar zu Komplizen schaffen, diese Organisationen... Äh... Warum denkt ihr, dass es hier ist? Äh... Weil... Männer und Frauen, die Team Rocket Anzüge tragen, hier in den letzten Wochen gesehen wurden. Warum ich ihn nicht festnehme, der Apparel, weil ihr Aussehen noch kein belastbarer Beweis ist. Ähm... Aber die Idee sind einfach... Zu offensichtlich. Aber... Außerdem... Kann es einfach... Zu einfach im Gericht, äh... Entkräftet werden von einem guten Verteidiger. Und es fehlt also... Äh... Ein richtiger belastbarer Grund, um sie festzunehmen. Jedes Mal, wenn sie von einem patrouillierenden Polizisten befragt werden... Ähm... Machen sie von ihrem konstituellen Rechtgebrauch, äh... Stillschweigen zu bewahren und gehen weiter. Okay. Äh... Nein, ich weiß noch nichts, aber wie kann ich helfen? Kennst du die Gaming Corner? Ey, ich denke, dass das ihre geheime Basis ist. Da ich immer wieder, äh... Individuen in intimem Rocket-Uniformen außen eingehen sehe. Aber wenn ich hineingehe... Sehe ich niemanden auf dem... Auf dem... Auf den unteren Ebenen. Aber es gibt eine... Eine Treppe nach unten, die von einem, äh... Personal... Mitglied bewacht wird. Wenn ich ein... Wenn ich wetten würde, würde ich da... Darauf setzen, dass dort ihre Basis ist. Aber... Mir fehlt immer noch, äh... Genügend Beweise... Um mit Gewalt mir Eintritt zu verschaffen. Irgendein Geweis... Irgendein Beweis, den ich dann bekommen würde... Würde als unzulässig im Gericht gelten. Weil ich halt, äh... Ungerechtfertigter Weise dort eingedrungen bin. In privaten... Privaten... Gräumlichkeiten. Kannst du hineingehen? Meine Leute... Werden wahrscheinlich nicht eingelassen werden, aber... Aber eine verdeckte Operation, äh... Hat vielleicht eine bessere Chance auf Infiltration. Oh ja, okay. Alles klar. Hier ist der Plan des Angriffs. Ein Informant... Hat mir mitgeteilt... Hat mir mitgeteilt, dass... Sie... Eine ihrer Evolis... Als... Experimentiers... Schweinchen... Für... Als Labora... Für eins ihrer Experimente benutzen wollen. Das wird... Deine... Eintrittskarte sein, um dort in die Basis hineinzukommen. Nimm diese Evoli... Und verliere es nicht. Ich hab keinen Platz für Evoli. Wollen wir diese Platz haben? Kann das sein? Mal kurz und schaff mal ein Pokémon weg. Oder ich guck mal, ob ich Evoli jetzt hier schon drin hab. Ne, hab ich nicht. Äh... Ich tu dich mal kurz weg. Ich krieg meine Evoli! Ich krieg meine Evoli! Ich krieg meine Evoli! Evoli! Ah... Machen wir da? Wie geht's? Äh... Hast du alle Steine umgedreht? Du weißt nie, was du entdecken wirst. Hab ich nicht gedacht, ich krieg ne Evoli von ihm? Ich hab keine Evoli bekommen! Sagt mir jetzt nicht, dass es ein Bug! Das wär doof! Oh... Nö... Dass ich ihn nicht ansprechen darf... Wenn ich keinen Platz hab... Mh... 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 Ne, hab keine Evoli... Kacke... Kann ich jetzt da rein aber? Das ist so die andere Frage. Ich geh nochmal hier rein. Oh... Hallo! Wie geht's denn so? Oh, Entschuldigung. Äh... Wir haben aktuell keine Preise. Gutes in die Tür offen ist. Warum machst die Tür nicht zu, wenn du eh keine Preise hast? Wir reden nochmal mit den Leuten. Äh... Du weißt... Vielleicht wär's für mich einfach billiger, München zu kaufen. Aber... Ich probier mein Glück lieber in dieser Maschine. Und... Stapel mir einen Haufen München für die Preise, die ich haben möchte. Äh... Äh... Du weißt, es wär schlau... Ich... Du weißt, es wär vielleicht schlauer, sich lieber die Münzen zu kaufen, anstatt hier mein Glück an der Maschine zu versuchen. Und sich so einen Haufen Münzen aufzubauen, mit dem man dann die Preise kauft, die man haben möchte. Denn... Ich hab hier einfach kein Glück. Ich schwöre zu Azeos, ich werde aufhören zu spielen, wenn du einmal auf mich herab lächelst und mir ein lukratives... Lukrativ... ne... Einmal Glück bringst. Ja... Äh... 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 Ist doch egal, äh... Kann doch nicht schlimm sein, den Charnera mitzubringen. Immer... Immer bei sie zu haben, oder? So, ist die Frage, komm ich jetzt hier rein? Guck, guck. What? Ich hab kein Evoli dabei! Ah... Ein Evoli... Du kommst, äh... Früher als erwartet... Äh... Aber mit Sicherheit nicht früher als willkommen. Äh... Folge mir hinunter... Und pass auf, dass dir niemand folgt. Du hast ungefähr... Drei Minuten vorher gesagt, ich darf hier nicht rein. Liftkey! Dankeschön. Tschüss. Hab mir grad direkt nur die Nase ergenommen. Ich kann nicht, ob wir das rausgehen, oder? Welchen Flur möchtest du... Oh! Oh! Ich glaub mal an dem... Ey, wie komm ich denn wieder raus? Oder muss ich jetzt einfach mich komplett erstmal durchfighten, bevor ich wieder rauskomme? Ich geh mal... Ich geh mal... Ich geh mal so... Bleib ruhig! Du sollst mal im Raum bleiben, äh... Um beim Experiment zu helfen. Aber... Abgesehen davon ist hier die Zone für Team Rocket... Nur für Team Rocket... Ah, okay... 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 Da muss ich mit Greg reden. Äh... Exzellent! Äh... Ich habe das, äh... in meine... in meinen... in meinen Gewahrern genommen. Um... für die Weiterführung des Experiment... der Experiment... Prozedur... Wir werden, äh... sehr bald damit beginnen... Evolist DNA kinetisch zu manipulieren, um es... noch evolutionsdynamischer zu machen. Damit meine ich, äh... Wir könnten Evoli vielleicht sogar zurück... zurückentwickeln in die Basisform. Wenn ich es einmal durch die... multigenetische Maschine... unten gepackt habe, werden wir es ausprobieren. Giovanni wird mit diesem lukrativen Experiment zufrieden sein. Ein Agent wurde ausgeschickt, um den Apparat zu holen, den wir brauchen, um Evoli... äh... um Evolis, äh... Evolutionsrückentwicklung zu testen. Bis dahin bleibt Evoli bei mir. Ja... Ich werde zurückgehen, äh... und die... die... Treppe... bewachen. Bleib derweil erstmal hier. Toll. Sprich, die lassen mich oben nicht raus. Also kann ich nur nach unten gehen. Richtig? Genau. Die lassen mich nicht raus. Also muss ich runter gehen. Boop, boop, boop.